Kreative Gottesdienste. Düsseldorfer Kirchen planen die Corona-Weihnacht. Mehr Gottesdienste, Lieder unter freiem Himmel und eine App für Krippenführungen sollen für ein gelungenes Fest sorgen. Stadtdechant Frank Heidkamp kann sich sogar Open-Air-Gottesdienste vorstellen. Von Jörg Jansen. Das Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie stellt die Kirchen vor enorme Herausforderungen. Wie voll werden die Gotteshäuser? Wie kann der für Heiligabend typische Ansturm reguliert werden? Und wie hoch ist das Infektionsrisiko, wenn doch kurz gesungen wird? Das Fest wird anders sein, es wird besonders sein und es muss kreativ sein, bringt der evangelische Superintendent Heinrich Fuchs die Situation auf den Punkt. Genau drei Monate haben die Gemeinden noch, um tragfähige Konzepte zu entwickeln. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die wichtigsten Fakten im Überblick. Die Ausgangslage. Viele Fragen müssen die Pfarrer und Laien in den kommenden Wochen klären. Die Corona-Pandemie setzt den üblichen Ritualen und Abläufen Grenzen. Gesang, Krippenspiele mit vielen Zuschauern, Gebetbücher, die für alle ausliegen, alles kommt auf den Prüfstand. Eines aber steht bereits fest. Der Heilige Abend wird auch im Corona-Jahr der Tag mit den meisten Gottesdienstbesuchern sein. Der Ansturm. Da wegen der Abstands- und Hygieneregeln deutlich weniger Menschen in geschlossene Räume dürfen, soll es in vielen Gemeinden mehr, dafür kürzer gestaltete Gottesdienste geben. Wir wollen, dass diejenigen, die beim ersten Versuch keinen Zutritt erhalten, am gleichen Tag noch eine zweite oder dritte Chance erhalten, sagt Uwe Vetter, Pfarrer der Herr-Johannes-Kirche. Und für Stadtdechant Frank Heidgamm steht fest, dass es eine Reihe von Open-Air-Gottesdiensten geben wird. Welcher Ort für die Stadtmitte geeignet sein könnte, sei aber noch offen, sagt der Seelsorger, der seit kurzem auch Pfarrer an St. Lambertus ist. Kurzzeitig aufgetauchte Überlegungen, sich möglicherweise in der Tonhalle oder der Mitsubishi-Elektrikhalle zu versammeln, betrachtet Heidgamm eher mit Skepsis. Er sagt, dieses Fest hat viel mit Gefühlen zu tun. Es geht eben auch darum, eine besondere Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Auf ein Format unter freiem Himmel setzt Angelika Fröhling. Die Gerresheimerin engagiert sich in St. Margareta. Sie sagt, die Messen sind immer proppenvoll. Ich finde es schade, wenn am Ende zwei Drittel der sonst üblichen Besucher nicht kommen könnten. Die Mutter von drei Kindern würde sich deshalb über Alternativen, beispielsweise auf dem Gerikusplatz oder dem Schützenplatz, freuen. Zitat, unsere Gemeinde sammelt zurzeit Ideen zum Heiligen Abend und zum Weihnachtsfest. Das Singen. Weihnachten ohne ein inbrünstig mitgesungenes Stille Nacht oder zu Bethlehem geboren, ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Das gehört dazu und sollte auch stattfinden, meint Heidkamp. Allerdings sind dem Gesang in den Kirchen enge Grenzen gesetzt. Für die Katholiken lautet die derzeit gültige Vorgabe, mit Maske darf innerhalb einer Stunde vier bis fünf Minuten gesungen werden. Keiner wird mit der Stopp oder Neben stehen, aber so wie in den anderen Jahren kann es leider nicht sein, betont der Stattichand. Auf Singen bei den Indoor-Gottesdiensten verzichten werden wohl die meisten Protestanten. Singen ist unsere einzige Ekstase, deshalb blutet mir auch das Herz, aber wir werden verzichten, weil die Auflagen zu komplex sind, sagt Fuchs. Anders sei die Situation bei den Open-Air-Angeboten. Hier geht mehr Gesang, deshalb sollten wir auf jeden Fall in diese Richtung denken. Die Kreativangebote. Jenseits der klassischen Vor-Ort-Gottesdienste denken die Kirchen über weitere Alternativen zum Fest nach. Es könnte Hausandachten geben, bei denen eine zuvor verteilte Predigt-to-go vorgelesen wird, sagt Fuchs. Und Heidkamp weist von Plänen zu neuartigen, mit sämtlichen Hygienevorschriften vereinbarten Krippenführungen, bei denen die Erklärungen per QR-Code auf das Smartphone der Kirchenbesucher übertragen werden können. Anmeldungen und Kontrollen. Hier gehen die Meinungen auseinander. Heidkamp hält Anmeldungen für sinnvoll. Pfarrer Vetter hat sich für die Johanniskirche dagegen entschieden. Dies habe sich schon beim Neustart im Mai nicht bewährt. Aber für Weihnachten ist es definitiv nicht praktikabel, glaubt er. Ob es mit Blick auf die Corona-bedingten Herausforderungen wieder einen eigenen Security-Dienst geben wird, sei noch nicht geklärt. Es wird dazu Gespräche geben. Erschienen in der Rheinischen Post vom 25. September und bei rp-online. rp-audioartikel. Ein Angebot von rp+.